Einen Kaffee. Hier bitte. Hängen diese Unglücksfälle irgendwie zusammen? Ihre Aufgabe, das herauszufinden. Baines arbeitete auf einer kleinen Insel in der karibischen See namens Saint-Mônier. Doris war in New York und ließ dem Premierminister dieses Inselstaates einen gewissen Dr. Kananga keine Minute aus den Augen. Hamilton war ausgeliehen an die Amerikaner in New Orleans. Martineau Kaffee?